Das ist meine kleine Schwester. Sie ist noch nicht geboren, aber bald braucht sie ganz viele Babysachen. Mama weiß schon, wo sie dafür hingehen muss. In die Babyabteilung von Smiths. Wir haben Babybasics für jeden Geldbeutel und Berater, die dir zur Seite stehen. Probiere unsere Produkte im Store aus und überzeuge dich selbst. Ich bin so aufgeregt. Ich spare, um meiner kleinen Schwester ein Schlagzeug zu kaufen. Ich selbst kriege ja keins. Entdecke die Babyabteilung im Smiths Toys Superstore gleich heute. Ich bin so aufgeregt.